Hallo und ein sehr herzliches Willkommen! Ich bin Christoph Rose, ihr seid bei Würzburg Fotos und das ist ein neues Sonntagsvideo für euch. Wie ihr seht bin ich heute hoch über Würzburg und zwar hier oben am Schenkenturm, denn hier ist heute und morgen die Veranstaltung Würzburg fliegt angesagt und das will ich mir unbedingt anschauen. Der FSCW, das ist der Flugsportclub Würzburg, der veranstaltet alle zwei Jahre die Veranstaltung Würzburg fliegt. Das ist heute und am morgigen Sonntag, zwei Tage lang, ein Wochenende, geht sie immer rund am Flugplatz hier am Schenkenfeld. Ihr könnt schon sehen, die ganze Reihe hier vor steht voll mit ganz besonderen Flugzeugen, die alle natürlich abheben und nicht nur zu Rundflügen, sondern auch zu Kunstflügen und die Sachen hier alle in luftiger Höhe über Würzburg präsentieren. Wer an diesem Wochenende in Würzburg ist, hört öfter mal Flugzeuggeräusche am Himmel, denn das sind alles die Flugzeuge, die hier unterwegs sind. Übrigens gibt es diesen Flugsportclub in Würzburg bereits seit 1948, damals allerdings noch nicht mit richtigen Flugzeugen, sondern gestartet sind die nach dem Krieg mit Modellflugzeugen, denn damals war von den Alliierten das Fliegen noch verboten für Privatpersonen. Das ist erst Jahre später dann freigegeben worden, dann sind sie auch mit richtigen Flugzeugen geflogen und der ganze Flugplatz hier oben am Schenkenfeld, der ist ursprünglich mal von der US Army als Ausweichflugplatz für den gebaut worden, der in den Leyton Barracks war. Da war ja immer eine Landebahn gewesen, heute ist es ein grünes Band, früher ein Flugplatz. Tja und dann irgendwann ist dieser Flugplatz ich glaube in den 60ern von der Stadt Würzburg gekauft worden und seit der Jahrtausendwende gehört er jetzt dem Flugsportclub und die haben hier oben in ihrem Hangar auch eigene Maschinen. Da werde ich später noch hinkommen, wir das mal angucken. Ich weiß nicht ob ihr das sehen könnt was ich gerade sehe. Da oben am Himmel ist gerade ein Flugzeug mit unglaublicher Geschwindigkeit unterwegs, denn das ist ein echtes Düsenflugzeug, ein Modellflugzeug natürlich, aber mit Düsenantrieb, man hört es fauchen wie so eine Düse eben so klingt und der macht hier ganz waghaltige Manöver in der Luft. Das sind wirklich tollkühne Männer mit ihren fliegenden Kisten, die diese Modellflugzeuge steuern, das will ich mir jetzt mal angucken. Die sind nämlich da vorne auf dem Platz, da kann man sie ein bisschen beobachten beim Fliegen, wenn sie die steuern mit ihrer Fernbedienung. Und ganz klar, das sind natürlich keine Modellflugzeuge, die man mal eben so baut und fliegt. Sondern da stecken zigtausend Stunden Arbeit drin und das ist die Königsdisziplin des Modellbaus und die Königsdisziplin des Modellfliegens. So und da kann man jetzt mal die Maschine noch mal sehen, die gerade eben geflogen ist, wie groß sie wirklich ist. Hier vorne auf der Fläche, da stehen die Piloten und steuern von dort die Flugzeuge und können sie auch ganz locker anheben und an ihre Parkposition zurückbringen. Und übrigens hier auf der linken Seite, da ist der Tower, da geht es gleich mal rein und jetzt gehe ich erst mal in den Hangar hier, denn da stehen die ganzen Modellflugzeuge und auch einige vom Flugsportclub. So, nicht zu viel versprochen. Hier im Hangar sind heute morgen die Modellflieger untergebracht. Normalerweise haben die nämlich einen eigenen Flugplatz. Also der Flugsportclub Würzburg hat sozusagen auch eine Modellflugabteilung und die heben normalerweise in Üngershausen, das ist bei Reichenberg ab. Da haben die einen eigenen kleinen Flugplatz für eben diese Modellflugzeuge. Die kleine hier hat so eine riesengroße Fernbedienung, kann man auch mal sehen bei der Gelegenheit. Ansonsten habe ich gesehen, ist auch noch ein ferngesteuertes Segelflugzeug da, das weiße hier und auch das kleine gelbe. Und das hier im Hintergrund ist ein sogenannter Gyrocopter. So eine Abwandlung des Helikopters funktioniert technisch ein bisschen anders, aber damit kann man auch durch die Lüfte gehen. Hier eine weitere kleine Maschine und eine Cessna, die kennt man ja so, mit der ist Matthias Rust mal auf dem roten Platz in Moskau gelandet in den 80er Jahren. Manche werden sich erinnern, also das sind Maschinen, die hier vom Flugsportclub Würzburg sind. Da hinten noch eine kleine Modellmaschine in gelb und noch eine weitere Cessna. Und das hier auf der rechten Seite ist eine Piper, da können sogar sechs Leute rein. Das ist ein bisschen größeres Flugzeug, was hier im Hangar einfach untergestellt ist. Das sind eben die Flugzeuge, die dem Flugsportclub Würzburg gehören und die die Mitglieder dann eben für Ausflüge im wahrsten Sinne des Wortes nutzen können. Bei den Modellfliegern, die heute unterwegs waren, war auch dieser schöne alte Doppeldecker zu sehen, der geflogen wurde vom Herrn Muncker. Und der Herr Muncker hat ihn nicht nur geflogen, sondern Sie haben ihn komplett gebaut, diesen Flieger. Ist das ein Eigenbau oder ein Modellsatz? Nein, das ist ein Bausatz, den man beziehen kann, also die Pläne und auch viele Teile dazu. Besteht ungefähr aus 2000 Einzelteilen. Und da hat man so drei, vier Monate Arbeit als Rentner, also etwa vier, fünf hundert Stunden. Und dann wird sowas fertig werden. Jetzt haben Sie mir gerade erzählt, Sie waren früher Maschinenschlosser bei der Siemens in Würzburg. Nein, ich war Ausbildungsmeister. Ausbildungsmeister. Und mit Ihren Lehrlingen zusammen haben Sie dann einen Motor gebaut? Da haben wir mal Sternmotore gebaut, ja. Genau. Was muss man sich darunter vorstellen, jetzt für Nichtfachleute, Sternmotor, ist das was Besonderes? Sternmotor ist also ein Motor, wo im Kreis praktisch die Zylinder angeordnet sind, nicht in der Reihe oder in V, sondern im Kreis. Die hat man früher gern eingebaut, dass sie besser gekühlt wurden in der Luft. Genau. In den Motoren, im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg hat man sehr viele Sternmotore geflogen, auch danach. Und die wurden eigentlich abgelöst durch die Düse später. Genau. Und hier auf dieser Maschine wäre so ein Sternmotor. Da kann man auch mal sehen, wie das aussieht. Und wenn man sich vorstellt, der Motor muss diese Maschine, die rund 20 Kilo wiegt, ja auch wirklich antreiben, da muss es ja auch wirklich ein gutes Teil sein, was Sie da gebaut haben. Also der Motor, den Ihre Lehrlinge dann gebaut haben, der konnte dann auch wirklich eingesetzt werden. Ja, war aber wesentlich kleiner als der. Ja, noch kleiner. Noch kleiner, noch mehr miniaturisiert. Ja, noch kleiner. Also der hat auch 250 Kubik und hat etwa 14 PS. Und die wir gebaut haben, das haben 70 Kubik gehabt und 7 Zylinder. Also es war kleiner als der. Ja. Wie viele Stunden Flugzeit braucht man, bis man so eine Maschine beherrscht? Ich habe es ja vorhin die Jugend macht es heute, möchte ich sagen, zwei Jahren. Tatsächlich? Ja, die haben so gute Modelle zum Lernen und zum Üben. Da geht es also wesentlicher. Bei uns hat es reichlich lang gedauert. Und auch das gibt es heute zu sehen am Schenkenfeld. Ein riesengroßer Heißluftballon, der gerade aufgeblasen wird. Allerdings nicht, um damit zu fliegen, denn an der Seite hat er ein riesengroßes Loch. Ihr könnt schon sehen, da gehen die Leute alle rein, um sich mal anzuschauen, wie so ein Ballon von innen aussieht. Das werde ich auch machen. Also das ist bloß ein Demo-Ballon. Der hat die Reißprobe nicht bestanden. Das muss nämlich getestet werden, ob der Stoff fällt. Und dabei ist er eben zerrissen. Und deswegen kann man da jetzt einfach mal in den Heißluftballon reingucken, wie das von innen ausschaut. Oh, da ist auch gleich schön warm hier drin. Keine schlechte Perspektive. Wow. Ja, krönes Zelt. Könnte man auch drin übernachten. In diesem Heißluftballon hier. Der Wahnsinn. Und von Modellflugzeugen und Heißluftballons, die nicht fahren können, jetzt zu Flugzeugen, die wirklich fliegen. Hier wird gerade eine Propellermaschine klar gemacht. Die rollt auf die Startposition und dann geht es gleich los. Und das gucken wir uns jetzt mal an, wie die abhebt gleich. Dank des Flugsportclubs bin ich jetzt auch ein bisschen näher an die Startbahn rangekommen. Vielen Dank übrigens bei der Gelegenheit an den Flugsportclub, die mich hier heute Nachmittag ganz toll unterstützt haben. Ich hatte mich schon vor einigen Wochen bei denen angemeldet, um eine Drehgenehmigung angefragt für heute. Und die waren sofort bereit und haben gesagt, kommen Sie vorbei, wir zeigen Ihnen alles. Das haben die auch gemacht. Und es ist wirklich eine ganz tolle Truppe hier oben, muss ich sagen, die sich hier echt viel Mühe geben und diese tolle Sache organisieren. Da hinten am Ende der Startbahn steht jetzt die silberne Maschine. Man kann den Propeller vielleicht so ein bisschen drehen sehen. Auf der linken Seite ist der Tower, da sitzt der Fluglotse drin. Der gibt dem dann gleich Bescheid, wenn er abheben kann, denn der Wind muss natürlich passen und der Luftraum direkt über dem Flugplatz, der muss auch frei sein. Jetzt sieht es so aus, als fährt die Maschine auf Startposition und dann kann es gleich losgehen. Bin mal sehr gespannt. Die wird ziemlich laut sein, denn die haben ordentliche Motoren, acht, zwölf Zylinder Maschinen mit richtig viel Hubraum und die machen ordentlich Lärm, wenn die abgehen. So und jetzt gehen wir gerade mal auf den Flughafentower. Die Feuerwehr ist, wie ihr seht, auch da. Die Freiwillige Feuerwehr Unterdirbach, die leisten heute hier Wache. Bei den ganzen Flugangelegenheiten, die hier auf dem Platz sind, da muss natürlich die Feuerwehr dabei sein, das ist klar. Und jetzt gucken wir mal, wie es da oben aussieht. Und hier sitzt jetzt die Flugleitung, so kann man glaube ich sagen. Und ist vor allem hier gut klimatisiert hier oben. Ach herrlich. Bei 30 Grad hier drin ist es runtergekühlt auf 20 oder 25. Das ist natürlich super. Herr Hoffmann, wie weit ist denn eigentlich so der Einzugbereich hier von dem Flugplatz? Als wenn jetzt zum Beispiel Ihr Kollege hier sitzt und nimmt Funksprüche an. Wie weit geht das? Die Funksprüche geht im Prinzip, das ist ja gleich von der Höhe ab. Je höher Sie sind, desto weiter gehen Sie. Gibt es eine Formel dafür. Also in der Regel meldet man sich hier an ungefähr 20 Kilometer, bevor man dann da ist. 25 bis 20 Kilometer vorher. Sag mal, ich komme vorbei. Dann kriegt mir hier eine Information. Pass auf, da kannst du gerne kommen. Wir haben die Piste in die Richtung oder in die Richtung in Betrieb. Und der Wind kommt von da und da. Und dann war es das schon gewesen. Und dann, wenn der dann in der Nähe des Platzes ist, gibt es hier so einen Platz, man könnte es sogar gucken. Gibt es hier so ein Blättchen, was heute nicht da ist. Kommen wir von Norden an, melden uns dann hier irgendwo 20 Kilometer, bevor wir da sind. Wir sind in 5 Minuten da. Dann fliegt man hier so rein. Dann sagt der Einem, pass auf, wir sind vom Westen, nimmst du die 2,9. Dann reibt man sich hier in die Flugplatzrunde rein. Das ist so festgelegt. Ah, das soll dann einmal so rumfliegen, ja? Dann reibt man sich hier rein, fliegt hier so rum, meldet sich im Gegenanflug, reibt sich auf die Landung vor, meldet sich im rechten Queranflug, meldet sich im Endanflug. Und dann beginnt man hier mit dem Sinken und dann landet man hier auf der 2,9. Das wäre dann, man käme da hinten rein und rollt dann die Richtung aus. Sagen Sie, Herr Hoffmann, was könnte hier denn größtenfalls eigentlich landen auf dem Sportflugplatz in Würzburg am Schenkenturm? Im Prinzip, bei Hubschraubern ist zum Beispiel keine Begrenzung nach oben, aber bei Flugzeugen lassen wir eigentlich Flugzeuge zu bis zu 7,5 Tonnen etwa. Eine 747, dafür wären wir doch ein bisschen kurz. Aber theoretisch wird es gehen. Ich weiß es nicht, ob die Bahn danach noch brauchbar wäre. Und ob der überhaupt die Füße auf die Bahn gekommen würde. Ja. Ich weiß es nicht, ob die Bahn gekommen wäre. So, jetzt bin ich hier wieder an der Start- und Landebahn und über uns tut sich gerade am Himmel ein Schauspiel auf zu entspannter Bahnflötenmusik. Mein Namensvetter, er hat den gleichen Vornamen wie ich, der fliegt gerade da oben mit seinem Segelflugzeug wohlgemerkt. Das ist kein Motorflugzeug, sondern ein Segelflieger, der hier Kunstfiguren am Himmel macht. Mit Rauch, der aus seinen Flügeln kommt, damit man das auch ganz genau sehen kann, was er macht. Und im Hintergrund läuft er zu, ihr könnt es vielleicht so ein bisschen hören, ganz entspannte Musik. Und man kann ihm eben zuschauen bei seinen wunderbaren Flugfiguren, der hier gerade am Himmel vorführt. Juhu, hat er gerufen im Vorbeifliegen. Das hat ihm, glaube ich, Spaß gemacht. Sichtlich. Der Wahnsinn, was man mit so einem Flugzeug alles machen kann. Nachwuchsprobleme haben die im Verein hier übrigens nicht, wie ich mir gerade sagen lassen. Die Jüngsten, die hier anfangen mit dem Segelfliegen, die sind dann 14 Jahre alt. Die machen ihren Segelflugschein, den haben sie nach zwei Jahren. Und mit ein bisschen Glück für den Verein bleiben sie danach und dienen dem Verein. Und können dann natürlich auch ihre Flugstunden hier ableisten und fliegen am Schenkenfeld in Würzburg. Tolles Hobby. So, das ist jetzt dieser Segelflieger, den wir gerade eben gesehen haben über Würzburg mit Christoph Zahn, der ihn geflogen ist. Herr Zahn, hallo. Hallo. Sie schwitzen noch, das ist ganz schön schweißtreibend da oben, ne? Das ist schweißtreibend, wobei mir es besser geht als den vielen anderen Hirn, weil wie man sieht, der habicht ein offenes Cockpit. Also es ist keine geschlossene Haube, somit brennt die Sonne nicht so ganz rein und man hat den Fahrtwind die ganze Zeit um das Gesicht. Und das ist eigentlich ganz erfrischend an so einem heißen Tag. Deswegen hätte man ruhig länger dauern können. Sie haben da oben Loopings gemacht in hohen Lüften. Was haben Sie da für G-Kräfte? Das ist ja auch ordentlich sicherlich, oder? Ja, wobei das bei so einem älteren Flugzeug, das ist ja Baujahr oder Konstruktionsjahr 1936 und das hat sehr gute Flugeigenschaften auch für den Kunstflug. Man kann die Kunstflugfiguren sehr langsam fliegen und dadurch, dass man sehr langsam fliegt, hat man auch nicht die hohen Gehbelastungen. Aber man kann trotzdem im Grund alle Flugfiguren fliegen, die auch die modernen Segelflugzeuge machen können. Und jetzt hatte ich Gehbelastungen von vielleicht plus vier und minus zwei. Auch ganz schön ordentlich. Das vierfache Körpergewicht, was man dann halten muss in der Zeitung. Muss man spezielle Atemtechnik auch anwenden? Ne, jetzt bei dem Segelkunstflug, den ich heute gemacht habe, nicht. Das noch nicht. Viel Platz haben Sie da drin auch nicht? Wir schauen gerade mal in das Cockpit rein. Ich gehe gerade mal hier ums Bug herum. Ich glaube, vorne ist das Bug, ne? Ja, sagt man, glaube ich. Genau, da sieht man jetzt schon sehr eng. Also es ist sehr, sehr eng hier drin, mein lieber Schwan. Und da haben Sie auch, so wie das aussieht, hier einen Fallschirm natürlich mit dabei. Aber Sie können die Haube mal abmachen, dann kann man das auch besser sehen. Ich habe schon gedacht, wie kommen Sie denn da rein sonst? Ich dachte, Sie quetschen sich da von oben rein. Okay, alles klar. Ganz genau. Ne, man macht die Haube ab zum Einsteigen. Und dann sieht man eben, man hat hier, denn das Blaue ist der Fallschirm, den man anzieht. Zum Segelkunstflug muss man auch immer ein Fallschirm anhaben. Ja. Und dann hat man zum Segelkunstflug noch einen Fünfpunktgurt. Über die Schulter sind es zwei Gurte jeweils. Dann kommt von rechts und von links jeweils noch ein Gurt. Und von vorne noch ein Gurt. Und alle enden in einem Schloss in der Mitte. Sie können also nicht rausfallen. Ich kann nicht rausfallen, auch wenn keine Haube drüber ist. Genau. In Überwürzburg sieht man sowas nicht so häufig. Wo fliegen Sie normalerweise? Bei Aschaffenburg in Obernau, genau. Da ist auch dann Platz. Und da sind Sie auf Kunstflug spezialisiert, kann man das so sagen? Ja, das mache ich, ich sage mal so, zu meinem Hobby eigentlich. Also ich bin Fluglehrer am Flugplatz in Obernau und bin auch Kunstfluglehrer. Und wenn mir danach ist und die Zeit ist, dann mache ich auch Segelkunstflug, aber hauptsächlich eigentlich auf Flugshows. Danke Ihnen. Ja, nicht zu danken. So, jetzt sind wir gerade mal angesprochen worden von den beiden netten Herren, die diese schöne alte Bundeswehrflugzeuge hier haben. Und die brauchen gerade einfach mal jemand, der ihm beim Schieben hilft. Also nicht vor das Rad, weil wenn das drüber rollt, das nicht tut. Genau, wir gehen nicht vor das Rad, sondern ich gehe mal so hier von der Seite. Wir schieben die Maschine jetzt mal zur Tankstelle, die ist da drüben. Ich glaube, es geht nicht so lange auf. So wird der heutige Flugtag zum Flugzeugschiebetag. Aber so schwer ist sie gar nicht, muss ich sagen. So, damit ich die nächste Runde starten kann, wird jetzt getankt. Und was Flugzeuge übrigens nicht tanken, was ich heute gelernt habe hier, ist Kerosin. Das gibt es in dem Sinne gar nicht. Was die hier alle tanken, ist Jet A1. Und wenn man daran riecht, dann ist das nichts anderes als Dieselkraftstoff, der vielleicht ein bisschen höher verarbeitet ist, besser verarbeitet ist und fürs Fliegen vor allem natürlich besser kontrolliert ist als normaler Sprit. So langsam aber sicher neigt sich der Flugtag am Samstag heute dem Ende entgegen. Ich kam gerade noch ins Gespräch mit dem Moderator der Veranstaltung, der hier vorne gerade läuft, der selber Pilot ist und mich jetzt eingeladen hat, um eine kleine Tour über Würzburg zu fliegen, also einen kleinen Rundflug zu machen. Und ich muss ja gestehen, ich bin da ein Schisser und habe das deswegen jetzt mal ausgeschlagen, das Angebot, auch wenn jetzt einige sagen werden, oh, du bist doof. Aber mein Kumpel, der Johannes, der gerade auch hier ist, den ich gerade getroffen habe, der hat gesagt, das mache ich sofort. Und dem drücke ich jetzt einfach die Kamera in die Hand und dann wünsche ich euch viel Spaß mit Luftbildern hoch über Würzburg. Ich wünsche mir das da wunderbar, den Atoreinspiel treibt, das bezieht sich da ein. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.